Ich darf Ihnen die Box auch vorstellen, in der roten Ecke für den Nordhäuser SV. Und ich darf Ihnen die Boxen auf den Nordhäuser Völkern und den Nordhäuser Völkern und den Nordhäuser Völkern. Ich darf Ihnen die Boxen auf den Nordhäuser Völkern und den Nordhäuser Völkern und den Nordhäuser Völkern. Ich darf Ihnen die Boxen auf den Nordhäuser Völkern und den Nordhäuser Völkern und den Nordhäuser Völkern. Schöne! SASHA! Applaus Ich darf Ihnen vorstellen, den Kämpfer in der roten Enkel, Balaj Batschkaj aus Ungarn. Er ist mehrfacher ungarischer Meister. Europameister 2010, 218 Kämpfe, 193 Siege, geboren ist am 29.01.1988, Balaj Batschkaj. Läggslein, die Warden des Hohen. Arme! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.